Hallo, hallo, er ist ohnmächtig, wir müssen sie finden. Oh, Buki, du bist wieder da. Wo ist Papa? Rekrut, mach schon, es bleibt doch ein Haus. Mach ihn. Gehen? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lieutenant Scott, wir haben in dieser Wohnung einen großen Vorrat von, ähm, also wahrscheinlich Benzin entdeckt. Das ist wohl ein Scherz. Nein, Benzin, ungeheuer viel. Essie, raus da! Mach das Haus leer und halte das Feuer weg von diesen Brandstoffen. Warte mal, da oben ist jemand. Wir müssen ihn rausholen. Nicht reinkommen. Sie dürfen hier nicht rein. Komm, Mann, gehen wir. Lasst mich, ihr faschistischen Brutalos! Ich gehe nirgendswohin. Schnapp ihn dir! Ich zahle sicher nicht so viel für Benzin. Ich zeige es diesen geizigen Mistkerlen. Ich bin ein freier Bürger! Das könnt ihr mir nicht antun! So ein Spinner! Um wie viel Benzin geht es denn? Genug, um den ganzen Block in die Luft zu jagen. Das Feuer breitet sich aus, Lieutenant! Wir haben keine Zeit, das Benzin wegzubringen. Dann geht wieder dort rein. Versucht, die Temperatur niedrig zu halten. Vermasseln wir das! Gib Malibu mit einem lauten Knall den Löffel ab! Was immer du auch tust, tu es schnell! Lass das Feuer nicht raubkommt! Seid vorsichtig! Weitermachen! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. Gut gemacht, Leute. Hey, wer will schnell ein bisschen Benzin schnappen und den Wagen auffüllen, bevor wir zurückfahren? Klappe, Morris. Ach, ich hab's doch gewusst. Eine Konspiration des Staates, um mein Eigentum zu stehlen.